Ich bin Marit Nielender. Ich erzähle seit 2018. Da habe ich eine Erzählausbildung gemacht. Im Süddeutschen war das. Und ich war so froh, dass ich dann hinterher hier in Braunschweig die Erzählwerkstatt kennengelernt habe, dass man hier sozusagen sich vernetzen kann und zusammen erzählen. Ich bin gleich eingestiegen in die Erzähl-Festivalplanung tatsächlich, weil ich habe damals 2018 das Festival kennengelernt. Durch Zufall, kurz vorher, war ich auf den Verein gestoßen. Und das war so toll. Das war eine super tolle Atmosphäre. So viele unterschiedliche Leute da, sowohl auf der Bühne als auch dann im Publikum, das Café. Es hat mir alles super gut gefallen als Konzept. Ja, und als es dann hieß, wir machen das nochmal, da habe ich gesagt, ja, lasst mich mal mitmachen. Und bei der Festivalplanung, da lerne ich ganz viel Projektmanagement, was ich so noch nicht kannte. Und es ist so schön, mit Ehrenamtlichen das zu machen. Also manches kennt man vielleicht aus der Arbeit, wenn man da was organisiert. Aber das als, ja, in Freiheit was Kreatives zusammen auf die Beine zu stellen. Ich komme ja manchmal froh wie auf Klassenfahrt. Also die Planung fürs Festival ist extrem vielfältig. Und ich bin erstaunt, dass man das ehrenamtlich machen kann, dass die Leute so gut miteinander arbeiten, dass es so ineinander spielt. Man muss ein künstlerisches Konzept haben, ein gutes Datum, die Räumlichkeiten gibt es ja zum Glück. Man muss mit den Gästen, die eingeladen sind, kommunizieren und die Werbung machen, Flyer gestalten, Programmheft, alles planen, Genehmigungen einholen, Versicherungen, GEMA, Künstlersozialkasse, habe ich alles vorher nicht gekannt. Und dass das alles zur richtigen Zeit schön ineinander greift und allen Spaß macht, das ist schon ein kleines Wunder. Eine Sache, die neu ist, womit noch nicht so viel Erfahrung gesammelt oder womit erstmals Erfahrung gesammelt wurde, ist die Barrierefreiheit, dass wir versuchen, das tatsächlich möglichst inklusiv zu gestalten. Erstmal für Leute mit Hörbehinderung, Einschränkungen, wie ich auch im Übrigen. Ich profitiere da auch von, von den Anlagen, die wir fest verbaut haben im Kulttheater. Und die Tragbare, die können wir dann auch mitnehmen für andere Veranstaltungen. Und das ist schon eine feine Sache. Ich freue mich sehr auf die Sachen, die ich selber erzählen werde, weil das immer sehr aufregend ist und weil ich mit ganz tollen Künstlerinnen und auch Vereinsmitgliedern zusammen erzähle, das erste Mal. Ich bin ja auch noch relativ neu dabei. Ich freue mich also auf unsere Programme. Ich freue mich sehr auf die Gäste, die kommen, weil da Kunstformen erzählt, Theaterformen dabei sind, die ich noch gar nicht kenne. Da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auf diese Festivalatmosphäre, die sich einstellt, so nach dem ersten Vormittag. Wir haben auch Veranstaltungen dabei, wo man miterzählen kann, wo man also zusammen in der Gruppe zu Kunstwerken von den Ateliers, die uns auch beherbergen für das Festival zum Teil, Geschichten gemeinsam erfindet. Und dieses gemeinsame Geschichten erfinden, das machen wir zum Teil unter den Kolleginnen und Kollegen in der Werkstatt und in verschiedenen Projekten. das macht Spaß, das weiß ich schon. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020